Du machst eine Beute Fähigkeit und du haust noch mal eine Bombe rein. Verschlossen. Beraf Paladin. Alle noch bei bester Gesundheit eigentlich. Was mich wundert, Priesterin. Du hast vier Punkte, das heißt, du machst mal... Also drei Punkte, das heißt, du machst mal Schadensreduktion. Jetzt die Priesterin. Au, das hat wehgetan. Äh, Beraf Priester ist wichtig, dass der weg kommt. Deswegen... Okay, die heilt sich. Töte die endlich, so. Jetzt haben wir nur noch die beiden und die kriegen wir auch irgendwie tot, hoffe ich mal. Hm? So, boxt mal einen von denen um. Boxt ihn noch mal um. Hat nicht geklappt. Aber er ist schon mal schwer verletzt. Äh... Du... Heilung auf ihn. Hm? Hm? Du am besten nochmal eine Heilung auf ihn. Und du noch mal so Geschosse auf den, dass der dich umkippt. Häm? Der kann schon ziemlich gut einstecken, muss ich sagen. Au. So, sehr gut. I think it may be time to strike up camp. Ach. So. Was ist das jetzt da drin? Nein, da ist noch ein Paladin. Da ist noch eine ganze Truppe. Ach du meine Güte, was kommt da? Ein Akolyt? Noch ein Akolyt. Okay. Erstmal stoppen. Au, au, au. Okay, wir ziehen uns erst mal zurück, wo wir was sehen können. Oh, du hast schon mal drei Phasen. Dann kannst du mal ein paar Untote hier beschwören. Die helfen. So. Oh, ein weiblicher Paladin. Der dich gleich wieder umhaut. So. Du hast das jetzt letztlich mal. Ich kann doch nicht die ganze Festung auslöschen. Mhm. Was haben wir hier drin? Zwei Mondsteine. Und jetzt ist er gar nicht hier. Der blöde Priester. So, die halbe Truppe allerdings ist müde. Das ist übrigens ein Wunder, dass wir noch nicht richtig bemerkt wurden. Aber es ist eine gute Idee, sich in dem Raum hier zu verstecken und zu rasten. Ja, hat geklappt. Sehr schön. Du wechselst mal wieder zu deiner Knarre, sicherheitshalber. Zu äußerem Burghof, zum oberen Festungswall. Wo geht's da runter? Toll. Wahrscheinlich auch zu keinem guten Ort. Hier kommen wir, sind wir wieder in der Kanalisation. Zur Tempelsängerei. Okay. Unterer Festungswall. Das hatten wir schon zur Burgküche. Gut, wir sind total falsch. Diesmal machen wir es richtig. Oh, das sieht für mich. Ruhepriesterin. Berat-Akylyten. Zur Belagerungsplattform. Zu den Verlies-Skripten. Ah. Wo bringt mich die Belagerungsplattform? Was ist auf der Belagerungsplattform? Sagt bloß, hier ist niemand. Auch so ein bisschen Gold, natürlich. Das wird ja langsam was mit dem Gold. So, da muss die Roben nichts mehr bringen. Packe ich sie mal weg. Hier oben scheint wirklich niemand zu sein auf der Belagerungsplattform. Nur ein paar Sachen, die wir plütern können. Was ist das? Trank der Eisenhaut. Eisenhauttränke. Ja. Keine schlechte Idee. Aber ansonsten ist hier oben nichts. Zum Verlies. Zum Verlies. Zum Verlieskanal. Ach so, das war dieser Teil der Festung. Meinen ist das ein komplexes Ding. Und ich bin immer noch dabei, dass das andere Ding unsere Festung werden wird. So, die hohe Priesterin, die wandert immer hin und her. Vielleicht können wir uns an der vorbeischleichen. Oh, oh, oh. Ach du meine Fresse. Ich habe den aber nicht aus Versehen schon getötet. Erlebt ihr den oberen Stockwerken der Burg, aber wohl den oberen Stockwerken. Da komme ich nicht durch. Ja. Weil mein Mechanikbonus hat schon nachgelassen, ne? Ja. Gut, was ist hier drin? Hier waren, glaube ich, die Studenten drin. Ja, die beiden Beratpriester. Genau. Okay. Liegt hier drin vielleicht was Interessantes. Außer Gold. Gekritzelte Notiz. Ich habe dein Geschenk erhalten. Unglaublich, dass jemand so etwas auf Pergament niederschreibt. Ich habe in der Kapelle etwas für dich hinterlegt. Aber bin ich wieder im falschen Schädel herum. Okay, eine Andeutung auf den Schädel. Dort ist nur ein Buch drin. Und da? Auch nur ein Buch. Dietrich gesche... Äh... Habe ich jetzt alle meine Dietrich hier verpratzt? Nein. Okay, da komme ich nur mit 8 Mechanik rein. Scheint ja dick bewacht zu sein. Und da komme ich nur mit 5 Mechanik rein. Habe ich nur mit 5 relaxation Dongs. Immer! Ich glaube, ich kann es nicht solle, wenn man so etwas Einschränk macht. ich vielleicht die akko lüten einfach weglocken von ja die hohe priester ring geht weg ok es kommen wirklich nur die du den die hohe priesterin muss dringend weg wir haben sie dir jetzt so schnell umgenutzt da steht wahrscheinlich volle kann in irgendwelchen zeug drin ok ich bin gerade gar nicht mehr durch wo was passiert berat akko lüten hi hi